oh nein runter runter bitte lass mich oben ja so wohin jetzt wo muss ich hin wo muss ich hin da unten jo freunde was geht ab schön dass ihr wieder da seid willkommen zurück zu kirby und das vergesste land mit der chemie was für ein paar sind wir sitzen so sieht es aus so leute heute geht es weiter ins lava level warte kurz vorher lasst uns den hier wir haben den doch schon aber der wollte der war so aufgeregt ich dachte er ist immer der ist immer so der ist immer aufgeregt ja dann lass ich mir noch nicht erzählen ja leute das daumen nach oben abonniert kanal aktiviert die glocke ich würde sagen auf zur weltkarte keine zeit verlieren lava level wartet auf uns mal gucken ob es danach noch weitergeht oder was wir danach machen ich bin sehr gespannt auf jeden fall müssen wir okay was haben wir denn hier das haben wir das sind wir schon ganz schon weit ne okay versammlung des bestien rats okay noch ein zwei und wenn wir gas geben vielleicht haben wir heute auch noch den boss wenn wir gas geben vielleicht heute noch beim endboss ja aber wir schauen wir beeilen uns jetzt nicht sondern machen das alle schön in ruhe so nein die wird sie nicht bei zack dann nämlich geht sofort hier los wieder mit den kugeln let's go du wartest eigentlich mal hier mit einer fähigkeit aha was geht denn hier ab warum sie warte mal staubfleber oha oha hat sich die kapsel da versteckt jetzt geht es sogar noch weiter dringe tief in die geheimen passage vor oha wir kriegen hier die dinge ins menschen okay jetzt bin ich ja mal gespannt weil da kommt der jetzt kommt der so inzwischen woher gut warum kriegen wir hier so viele klamotten da fällt mir ein guck mal da oben der affe oh nein ich bin jetzt gegen den gorilla echt jetzt anscheinend ja gott okay erstmal auf für schnelligkeit ein bisschen was man ja ich behalte jetzt erstmal die uhr ne aber ja komm wir probieren es einfach aus überlegt weil wir müssen jetzt noch mal gegen jeden boss kämpfen das wäre dafür der wartet ja einfach gut wie erwartet wer guckt ich weiß er guckt schon so zu uns jetzt kriegt er ein affe gorillas und los hä was machst du da ich weiß es nicht ich habe keine ahnung ich weiß ich mach einfach weiter echt jetzt oder dreht richtig durch der dreht der ist der stärker als sonst nee ich weiß nicht was das hier ist jetzt okay jetzt drauf geht drauf da geht drauf gut das war schon ja bei dieser fähigkeit wenn man die einsetzt ne dann nehmt die richtig viel schaden weg ja ich folgte ein naja mal du kommst ja sowieso hinterher jetzt auf zeit mit wortel die ok bereit jetzt gehen wir gas war ja hier kommen wir keine abkürzung nehmen leider leider aber okay das sieht gut aus wo 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 schneller schaffen wir oder wo noch mal die turbo zünden let's go wenn da überhaupt nein guck mal da rechts ist der tour da ist ein wortel die drin ja da hinten ok dann let's go los gehen wir mal sofort zu der truhr dahin ach du meine güte der startet sofort mit denen da kommen wir nicht dran da kommen noch nicht dran wir müssen erst weg machen okay warum denn sofort hier das gürtelt hier ey und jetzt schnell oh gott oh gott ey auf geht's gut schaden machen wir wir machen gut schaden wir machen sehr gut schaden weiter nein oh gott ich bin gleich kaputt nein und auf geht's los los ja irgendwie einfacher als sonst aber vielleicht sind die audiers man nicht so stark weil zu so irgendwie zwischenbosse sind wer weiß besiegel gürteltor innerhalb von 1 30 jetzt kommen wir da dran hab ich da ist der zweite wortel die wortel die du so let's go oh das eigentlich können wir uns auch abwechseln willst du weitermachen eigentlich können wir uns auch abwechseln so let's go stopf die voll ich komme drauf ich lass dich das schwere machen ne springen nicht springen ist egal nicht jetzt spring genau jetzt wieder springen jetzt nicht springen jetzt nicht springen sehr gut ich sehe nichts sehr gut ich sehe einfach nichts auf geht's so wurde die der drachenfeuer macht aber auch schaden nicht getroffen aber nicht schwimmen ich dachte schon wir wären jetzt kaputt dabei ist aber auch wirklich der wilde modus da darf man nicht außer oh meine kraft ja nimm mal schnell aber davon mal abgesehen warte mal kurz wie kommen wir da oben ja ach hier mit der leithauk bei nummer vier auf jeden fall kommen wir kein verpassen woher wusstest du denn jetzt welcher das noch mal war ich habe gezählt gut schade ist nicht schlimm ist nicht schlimm links der schalter in chris aber ja rechts der schalter gut gut schaffst du schaffst du schaffst du da oben ist einer stimmt ein schalter ja und jetzt hol dir das ärger gut boah boah hoho hoho boah gut kimi haben wir alle schalter hast du alle schalter ja hasse sehr schön dann kriegen wir den letzten wie habe ich das auch so gemacht dann kriegen wir jetzt den letzten bordel die auch Außer die geheimen Wardleys. Obwohl, zwei haben wir, ne? Den dritten haben wir leider nur nicht. Warte mal, da ist... Ach so, Eis. Das war's. Sehr schön. Alles klar. Sehr schönes Level. Obwohl die Gegner aber auch nicht schwer waren, muss man sagen. Also die waren schon recht easy. Können wir eigentlich auch machen. Mach mal. Mach mal direkt den Schatz hier. Autostopper. Ja, schaffst du doch. Drei Sterne. Oder soll ich versuchen? Echt jetzt? Jetzt doch mal versucht. Wenigstens versuchen. Okay. Aber jetzt nicht. Gleich. Okay, auf geht's. Ah, ich muss die Dinger einsammeln. Ach so. Frage ist, wie kam ich an den einen da dran? Aber wir werden es gleich rausfinden. Oh nein! Egal, egal. Du hast ihn. Ach, hier kam ich dran. Zack. Das wollte ich. War's das schon? Du schaffst das. Los, los. Oh, jetzt die Grünen. Los. Papa, Papa, los, los, los. Sag nichts. Oh, nein. Runter, fall runter. Bitte lass mich oben. Ja. Ja. So, wohin jetzt? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da unten. Los, los. Hätte ich nicht geschafft. Das war, äh, das war schwer. Das war knapp. Oder möchten die auch noch, dass wir es in... 40 Sekunden. 20 Sekunden schaffen. 40. Nein, äh, 20 Sekunden sollen ablaufen, weißt du? In 40 Sekunden dann. 20 Sekunden sollen ablaufen. Also 20 Sekunden über. 20 Sekunden mehr Zeit. Also noch über. Ja. Ja. Nein. Doch. Man sollte das in 40 Sekunden schaffen. Ne? In 40 Sekunden, ja. 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 Und das ging ja nur eine Minute. Ja. Das ist ja nur eine Minute Zeit. Ja. Übrigens bleiben dann, ähm... Also dann muss, sollte man das versuchen in 20 Sekunden zu schaffen. Ne, in 40. Sogar zwei. Zwei Feuerbomben haben dich aufgehalten. Wo gehst du denn? Das war ein falscher Knopf. Ich wollte gar nicht. Ich wollte Turbo machen und hab auf B gemacht. Weil du die ganze Zeit gedacht hast, B, B, B. Also hab ich aus Versehen auf B gedrückt. Da unten dürfen... Hey, da ist eine Treppe. Dürfen wir da runter, ja klar. Aber erst mal schauen wir uns hier kurz um. Ja. Ah, guck mal, siehst du hier nämlich. Zack. Ah, okay. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ja, machen wir jetzt. Du, die Binsen. Und ich hier. Jetzt geht's los. Pass auf. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Wo geht's jetzt hier hin? Keine Ahnung. Wow. Was der Kirby hier alles mitmachen muss, ey. Jetzt gehen wir hier unter der Erde. Richtig gut. Komm jetzt hier... Okay, auf geht's. Mach auf! Ich bin... Oh nein, mach wieder zu! Habe ich. Okay, sehr gut. Siege alle Beste in dem Startgebiet. Alles klar, haben wir. Okay. Pass. Ja, warum sollten wir es auch nicht haben? Warum so... Zuck. Danke. Wow. Ja, sehr gut. Eins von... Fünf. Wir finden aber irgendwie nie alle Fünf. Dann müssen wir uns mal anstrengen. Ja. Achtung. Super. Achtung, sagte ich. Unter dem. Und jetzt... Ach so. Unter dem und dann hoch. Ah, okay. Dann erschrecken sich die Gegner nämlich. Deswegen gehen wir auch hier hoch. Äh, wo bin ich? Ach, da unten. Deswegen gehen wir auch hier hoch. Um den zu holen. Drachenfeuer hat gleich keine Kraft mehr. Damit meine ich Kirby. Dann müssen wir zusehen, dass wir den bisschen was zu essen geholen. Boah, hier ist aber auch gefährlich, ey. Sag mal. Runter, runter, runter. Ja, versuch ich, ja. Na, ich ging nicht. Da ist was zu essen. Jetzt. Geh doch hoch. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ich lass essen. Oh Gott. Und zurück. Ja. Ich nehm mich noch mit, du Hase. Ah. Halt auf. Dann nehm ich deinen großen Bruder mit. Ah, das. Irgendwo ein Schild hier. Oh nein, nicht der schon wieder. Nein. Wirst du gleich sehen, wo ein Schild ist. Aber zeigen werde ich es dir nicht. Komm erst mal mit. Wir bräuchten mal Wasser oder so, aber... Was? Was? Ich glaube, das werden wir hier unten nicht finden, hier Wasser. Ich glaube, Wasser ist hier uncool. Ah, ich bin verbrannt. Ich laufe nie weiter. Hallo. Ich will weiter. Wow. Toll. Warte, ich mach. Hab ich. Sonst auch hier alle gehen. Ja gut. Ah, hier ist Wasser. Und da musst du nach hinten. Muss ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück? Wahrscheinlich. Aber du kriegst ein... Aber wir könnten mal... Ne, können wir nicht. Doch, dann müssen wir... Da, guck. Ach, ja. Jetzt sieht man das erst. Was? Ja, hab ich auch als erstes dann gesehen. Willst du da eben die... Ja. Du weißt, was ich meine. Hab ich. Nicht den Waddle, die, sondern die... Die ganzen Sachen. Ja. Nein, das da. Das chillt, meine ich hier. Ach so. Nicht zurück. Da waren doch erst nur Münzen. Ja, ich weiß. Jetzt geht's wieder hin. Ein Dosenautomat. Jetzt wird aber hier nochmal im letzten Level nochmal alles rausgeholt hier. Ja, irgendwie schon. Einmal alles, bitte. Du kannst mich gar nicht kaputt machen. Wusstest du, wenn man... Wenn du aus Versehen... Ah. Wolltest du den Schalter? Wenn man aus Versehen... Eigentlich kannst du das... Äh, auch machen. Guck mal, als Schutzschild. Ja, ich weiß. Einmal kann man... Ähm... Wo war ich denn gerade? Was wollte ich sagen? Ja, genau. Wenn man das da, äh, aus Versehen, äh, eine Dose da... Aus Versehen eine Dose da verliert, ne? Ja, ja. Dann? 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 Wenn man aus Versehen eine Dose verliert, dann kann man die auch wieder einsammeln. Und wenn man die eingesammelt hat... Dann? Dann, äh, kriegt man wieder Leben. Leben? Ja. Echt? Ja. Leben? Ja. Okay. Okay, Leben wusste ich nicht. Achso, ich muss jetzt ausspucken, okay. Ich brauch aber Leben. Ja, das stimmt. Da ist ein Gesuchtschild. Jo. Du musst umkippen. Wollte ich machen, ging nicht. Ja, wie soll ich denn damit rechnen? Ich kümmere mich schon drum. Ja, alles gut. Boah, wo kommt denn jetzt die... Das Krokodil schon wieder her. Boah. Das stimmt, da brauchen wir mit die Pylone, ne? Ja. Oh, wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Warte mal, kann der jetzt hier draufbeißen? Ne. Weit nicht. Ne, kann er nicht, okay. Der ist zu klein dafür. Okay, dann müssen wir hier rein. Dann müssen wir schwimmen. Boah. Ist ein Donald für dich? Egal, vergiss die Münzen. Wir müssen... Weg mit euch. Mach du weiter. Ja. Hier, einsaugen. Versuch gerade irgendwie ein Ding anzufinden. Da musst du dann reinkrassen. Okay. Na gut, dann machen wir... Stopp, 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 stopp. Hier. Ich wusste es doch, dass hier irgendwo was sein muss. Es war so klar. Okay, auf geht's. Turbo. Turbo. Und BAM. Und jetzt so lassen. Hopp. Nur noch einer. Warte mal. Haben wir wirklich alles? Ich glaube schon. Ja. Sieht so aus. Warte mal, komm mal mit. Ich glaube, ich habe da oben... Irgend so ein... Irgend so ein... Ingang gesehen. Wo? Wo? Ja, siehst du da oben? Mit der Bombe, meinst du? Da oben ist eine Bombe. Sollen wir die mal einsaugen? Nein. Nee. Vergiss es. Nee, ich will gucken gleich nochmal. Warte. Ja, jetzt. Saug sie ein. Es heißt da, wo meinst du denn? Ich habe... Da oben jetzt in der Ecke. Wenn wir da oben sind, dann guck mal bitte da. Irgendwie denke ich... So, du meinst, die ist gerüst, aber ist ja rechts auch. Ob das... Ist nicht. Ob das ja so ein Geheimweg oder so ist. Nee, nee, glaube ich nicht. Ob da irgendwas ist. Nö. Leider nicht. Das sieht so aus. Leider nicht. Hier vergisst man immer, dass man springen muss. Weil sonst muss man einfach nur reinlaufen. Hast du das gerade da gesehen? Was denn? Am Tor war ein Kratzer. Ja. Ja, bestimmt wegen den ganzen Viechern hier. Ja. So, wo ist das letzte Kirby-Schild? Musst du hier irgendwo... Nein. Ich muss das machen. Weil ich könnte sonst nicht angreifen, richtig. Ja, hier. Es geht weiter, wenn du jemand anderen... Ach so, guck mal, wenn ich jemanden treffe, dann geht... Ach so. Aber wenn du immer den gleichen triffst... Ja. ...dann geht das nicht. Dann verschwindet das schneller. Du musst immer einen anderen treffen. Weil sonst verschwindet das. Okay. Wusste ich auch nicht. Cool. Ist gut zu wissen. Konzentration. Und jetzt? Ich bin die Konzentration in Person. Ich habe auch noch ein Auge auf den fünften... Auf das fünfte Schild. Habe ich auch ein Auge drauf. Ist nicht schlimm. Wir müssen uns erstmal hier drum konzentrieren. Okay? Nee. Nee. Fast hättest du es übersehen, ne? Habe ich weg. Warte. Das Ich sitze einfach nur drauf. Man sieht nur mich. Vorsichtig. Boah. Das war böse. Okay. Da ist der Letzte. Ja, wir haben alle. Ich muss weiter B drücken. Hier drunter. Nein. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Jetzt richtig tief. Richtig tief. Jetzt. Ja. Weißt du, worauf ich geguckt hatte? Ob hier irgendwo das Kirby-Gesucht-Schild ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Worauf? Weil da eine Riesenfeuer-Schild ist. Ja, okay. Ich sehe es. Oh, ich sehe es. Komm her, du Mollwurf. I need you. Vorsichtig. Boah, gut. Das war es. Boah, was ein Level. Aufregend. Aufregendes Level. Aufregendes Level. Ich habe wieder eins nicht. Ich stürze während der Verwendung von Kegelstopfern nicht in die Lava. Ich doch gar nicht. Ach, haben wir auch geschafft. Oder? Haben wir auch geschafft. Oh, äh, da ist ein... Aber ich dachte so, hä? Ich bin aber reingestürzt. Ja gut, aber... Ich dachte schon, ich wäre jetzt schuld. Wir haben alle Wordel, die ist aus dem Gebiet. Jawohl, Freunde. Nächste Folge gibt es nämlich den letzten Boss. Ich bin sehr gespannt, was danach passiert. Ob wir danach durch sind. Oder ob es irgendwie weiter geht. Auf jeden Fall holen wir erstmal Elphilin da raus. Elphinin. Nein, nein, nein. Nicht Nin, Lien. Echt? Elphilin. Lien, genau, ja. Elphilin heißt sie. Ist so. Ich kann auch nichts dafür. Die holen wir da raus, Leute. In der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Äh. Wünschen, alles Gute. Gegenwart des Königs. Ja, da schauen wir mal nach, was der König da ist. Was? Leute, bis nächstes Mal. Kimi und ich. Das kommt mir so bekannt vor. Das Bild. Tschüss. Ich hoffe, ich bin dein Trainers TV. something ist einfach. Ich hoffe, ich bin dein Herz. Ich hoffe, ich bin dein Livrar. Daside- leggeschät geziner. Ich hoffe, ich bin dein Bild fürs Zります. Das festival ist einfach. Ich hoffe, ich bin dein Herz. Ich hoffe, ich bin dein Leben. Ich hoffe, ich bin dein mit logic Charlotter. Ich hoffe, ich bin deberkartiert.